Willkommen zurück zu Borderlands 3 und einem weiteren Build von mir und heute wird es um Mose gehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man mit Mose richtig gut abgehen kann, ohne ständig nur Granaten zu spammen, dann solltet ihr euch dieses Video unbedingt anschauen. Denn ich werde euch zeigen, dass man mit Mose sowohl ein Bosskiller sein kann und dass man trotzdem in der Arena richtig gut abgehen kann. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Guide und kein Infovideo mehr rund um Borderlands 3 verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt unbedingt abonnieren. Und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dass ihr auch wirklich darüber informiert werdet, wenn ein Video von mir online kommt. Werfen wir als erstes mal einen Blick in die Skilltrees. Und hier bei diesem Skilltree geht es mir um zwei Dinge. Zum einen möchte ich natürlich mehr Schaden machen, ist ganz klar, je mehr Schaden, je besser. Aber zum anderen möchte ich auch dafür sorgen, dass mir mehr Munition zur Verfügung steht. Und jetzt kommt eine wirklich wichtige Sache und die zählt nicht nur hier für Mose, sondern die zählt allgemein, wenn es darum geht, Schaden zu machen. Und zwar, wenn wir einen Gegner bekämpfen, sagen wir mal einen Boss, und ich bin ständig damit beschäftigt, Munition nachzuladen in mein Magazin, dann geht mir natürlich in der Zeit, in der ich nachlade, Schaden verloren. Und das Ganze nennt man Damage Overtime. Und wenn ich jetzt aber eben ein entsprechend großes Magazin habe und dieses Magazin sich vielleicht auch aus irgendwelchen Faktoren, auf die wir gleich eingehen, nicht so schnell erschöpft, dann habe ich natürlich eine gesteigerte Damage Overtime. Das heißt also, unterm Strich werde ich dadurch, dass ich weniger nachladen muss, mehr Schaden auf Gegner machen können. Und deswegen ist dieser Skilltree so wichtig. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist hier der Action-Skill. Und zwar die Minigun benutze ich hier beim Iron Bear. Das Ganze habe ich dann versehen mit der Action-Skill-Erweiterung Dampf ablassen. Hier steigere ich eben meinen Schaden um 80% und ich kann länger schießen, und zwar um 35%, weil meine Minigun nicht so schnell überhitzt. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Iron Bear benutzen wir eigentlich nur als Oh-Shit-Button. Das heißt also, es ist besser, in Iron Bear einzusteigen, anstatt am Boden rumzukrabbeln und darauf zu hoffen, dass wir vielleicht irgendwie noch einen Gegner schnell umnatzen können. Also Iron Bear ist jetzt nicht so toll im Großen und Ganzen, das wissen glaube ich die meisten. Im Endgame ist er kaum zu gebrauchen, aber als Oh-Shit-Button ist er schon ganz okay. Dann haben wir hier natürlich die erste Passiva, und zwar nennt sich das ganze Bleiwolke. Und hier haben wir den Vorteil, dass wenn wir eben Brandschaden verursachen, wir einen gesteigerten Brandschadenwert von 11,25% haben. Eine weitere Sache ist hier wirklich sehr gut, und zwar wir verbrauchen jeden vierten Schuss keine Munition, und auch das ist ziemlich schick. Dann haben wir hier natürlich noch passendes Set, und hier können wir nochmal dafür sorgen, dass wir mehr Munition im Magazin haben. Und zwar gerade bei Bossfights ist das eine wirklich gute Sache. Darauf werde ich aber dann noch eingehen, wenn wir uns die Waffen anschauen. Und hier haben wir als nächstes Umverteilung. Wenn wir einen kritischen Treffer gelandet haben, dann wird eben unser Magazin regeneriert, und zwar um 5% über drei Sekunden. Ist auch keine schlechte Sache, um eben die Damage-Overtime möglichst hoch zu halten. Und als nächstes haben wir hier heiße Umdrehungen, und hier steigern wir einfach nochmal unsere Feuerrate. Auch das ist eine wichtige Sache, und zwar um 15% können wir diese Feuerrate steigern. Das bedeutet, dass ich in der gleichen Zeit eben 15% mehr Munition rausballere, also mehr Schaden machen kann, und das ist wirklich gut. Und wir steigern nochmal unseren kritischen Treffer Schaden, und zwar um 20%. Dann haben wir hier Eisenbank, und hier steigern wir ganz allgemein unsere Magazin-Größe, und zwar um 35%. Und als nächstes haben wir Klick-Klick, und das ist eine wirklich richtig gute Sache, und passt sehr gut mit den Sachen zusammen, die wir gerade eben besprochen haben. Denn je weiter unser Magazin entleert wird, je mehr Schaden machen wir. Und zwar bis zu 36%. Und wenn wir jetzt hier uns überlegen, wir machen jeden vierten Schuss, verbrauchen wir keine Munition, und wir haben hier zum Beispiel nochmal eine Aufladung unserer Munition um 5% über drei Sekunden, dann kann es eben sein, dass wir mit sehr wenig Munition im Magazin, sagen wir mal drei, vier Schuss, eben sehr lange eben auskommen, ohne dass wir nachladen müssen. Und das steigert dann wiederum enorm unseren Damage-Output. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den nächsten Skill-Tree an. Die erste passive Fertigkeit, die wir uns anschauen, ist Selbstlose Rache. Und zwar haben wir hier den Vorteil, dass wir nochmal mehr Schaden darüber generieren können, dass wir Brandschaden rausholen. Und zwar, wenn wir nachladen, dann bekommen wir zu unserem Schusswaffenschaden nochmal 15% Brandschaden obendrauf. Das Ganze zählt nicht nur für uns, sondern auch für unsere Teammates. Und der Nachteil ist, wir müssen hier etwas von unserer Gesundheit opfern, um diesen Bonus eben rauszuholen, was aber für uns keine große Rolle spielt, denn wir haben sowieso so gut wie keine Lebenspunkte, wie ihr gleich noch beim Equipment sehen werdet. Dann haben wir hier nochmal gepanzerte Infranterie. Und hier bekommt ihr ganz allgemein nochmal 15% Waffenschaden obendrauf. Und nicht genug, denn ihr könnt auch nochmal euren Schaden, den ihr bekommt, reduzieren. Und zwar um 13%. Und als nächstes haben wir hier bis zum Hals in Hülsen. Ich habe hier drei Punkte hinein investiert. Ich werde euch aber gleich noch zeigen, wie man ein bisschen anders skillen kann, um hier eben dann noch ein bisschen mehr Schaden rauszuholen. Also in meinem Fall gehe ich die sichere Variante. Ich habe hier drei Punkte hinein investiert und bekomme da pro Stapel eben 12% Waffenschaden. Insgesamt kann man im Übrigen drei dieser Stapel bekommen. Und was haben wir hier für einen Nachteil? Wir verlieren etwas Feuerrate und zwar pro Stapel um 1,5%. Dann haben wir hier Balanceakt. Und hier ist es so, dass wir auch wieder was für unser Überleben tun, denn wir steigern hier unseren Schild. Und dafür opfern wir wieder Lebenspunkte, was aber in unserem Fall auch keine große Rolle spielt. Und ich habe hier nochmal zusätzlich zwei Punkte über meinen Klassenmod hinein investiert. Also das heißt, ich habe hier doch einiges an Schild mitgenommen. Dann haben wir hier experimentelle Munition. Auch eine Sache, die unseren Schaden steigert, denn mit jedem kritischen Treffer bekommen wir 10% an Brandschaden obendrauf. Und eine weitere Sache, die wichtig ist, wenn es darum geht, möglichst gut zu überleben, zum Beispiel wenn ihr Solospieler seid, ist auf jeden Fall hinter dem eisernen Vorhang. Denn hier reduziert ihr für 19% die Zeit, die es braucht, bis euer Schild anfängt zu regenerieren. Und ihr steigert die Geschwindigkeit, indem euer Schild regeneriert und zwar um 21%. Also eine gute Sache für all jene, die auf Nummer sicher gehen wollen, weil sie vielleicht alleine spielen. Dann haben wir hier was, was unglaublich euren Schaden pushen wird. Und zwar haben wir hier Überlebenskünstler. Und zwar je weniger Lebenspunkte ihr habt, je mehr Schaden holt ihr raus. Und ihr seht, über meine Klassenmod habe ich hier nochmal einen Punkt hinein investieren können und hole hier bis zu 67% Schusswaffenschaden raus. Und zwar kontinuierlich. Das werdet ihr, wie gesagt, auch gleich nochmal im Equipment sehen, wie das Ganze möglich ist und wie das funktioniert. Dann haben wir hier unten nochmal Kraftrückmeldung. Und hier ist es so, dass euer Schild sofort anfängt zu laden, wenn ihr einen kritischen Treffer landet. Was auch wieder eine richtig gute Sache ist, wenn es darum geht, möglichst gut zu überleben. Über meine Klassenmod habe ich noch was weiteres freischalten können. Und zwar hier mit zwei Punkten. Und zwar nennt sich das Ganze Verlangsdoktrin. Und hier haben wir zum einen schon mal eine Steigerung an Schusswaffen. Und zwar um 4%. Und wir haben eine weitere Steigerung von 6%, was unser Schild angeht. Das Ganze hält 30 Sekunden an und ist eine wirklich richtig, richtig gute Sache. Deswegen, wenn ihr so eine Mod habt, schaut zu, dass ihr das Ganze unbedingt mitnehmen könnt. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich gesagt habe, man könnte auch noch ein bisschen anders skillen. Wenn ihr beispielsweise jemand seid, der sagt, nee, mir ist Schaden lieber wie überleben. Was ich persönlich für nicht so gut halte. Denn wenn ihr tot im Dreck liegt, könnt ihr gar keinen Schaden machen. Also, wenn ihr aber sagt, ey, ich mag lieber mehr Schaden machen. Oder ich spiele in einer Gruppe. Dann würde ich hierher gehen und würde hinter dem eisernen Vorhang eben keine Punkte hineinsetzen. Denn in der Gruppe ist klar, bekommt ihr auch nicht so viel Schaden. Weil sich der Schaden eben auf alle Mitspieler verteilt. Also, dann könntet ihr hier gehen und könntet von den drei Punkten, die ihr eben habt, nochmal zwei Punkte hinein investieren bis zum Hals in Hülsen. Dann hättet ihr hier eben nochmal mehr Schaden rausgeholt. Und den einen Punkt, den ihr übrig habt, den würde ich dann unten in die Verlangsdoktrin hinein investieren. Also, wenn ihr mehr Schaden machen wollt, dann könnt ihr eben oben in die Hülsen nochmal zwei Punkte investieren. Und hier unten in die Verlangs nochmal einen Punkt investieren. Dann habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden rausgeholt. Opfert dafür aber eben eure Überlebensfähigkeit. Wie ihr sehen könnt, kommen wir jetzt zum Equipment. Und bleibt unbedingt dran, denn ihr werdet hier an der Stelle nochmal den ein oder anderen Tipp von mir bekommen, der euch sicherlich weiterbringen wird. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Also, schauen wir auf unsere Waffen. Wir haben hier als erstes mal einen Laser und zwar mit Schock. Und es ist keine schlechte Waffe. In meinem Fall würde es sogar mehr Sinn machen, wenn die Waffe auf Frost wäre. Warum, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt kommen wir zur Hauptwaffe, die ich also am meisten benutze. Und zwar ist es die Butcher. Und die Butcher ist eine Schrotflinte mit einer sehr hohen Schussfrequenz und einem enormen Schaden. Und deswegen spiele ich die wirklich sehr gerne hier mit diesem Bild. Die dritte Waffe ist mir im Grunde egal, bis auf den Hersteller. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass die dritte Waffe hier den gleichen Hersteller hat wie meine Liuda. Und wenn ihr jetzt nur Busse farmen wollt, dann empfehle ich euch wirklich nur Waffen reinzunehmen, die vom gleichen Hersteller sind. Das heißt also auch oben die beiden Waffen, die würde ich ersetzen durch den gleichen Hersteller wie die Liuda. Denn dadurch steigert ihr die Magazingröße. Und wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, habt ihr dann eben den Vorteil, dass ihr nicht so oft nachladen müsst. Und es steigert wieder euren Schaden über Zeit, also die Damage over Time. Und dazu hatte ich ja schon das ein oder andere erklärt. Und dann schauen wir mal auf unseren Schild. Und zwar, ich habe hier ein Schild dabei, der mir 100% Resistenz bietet gegen Schock. Ansonsten hat er 11.600 und ein bisschen was Schildkapazität. Ist also auf jeden Fall ein guter Schild. Wenn ihr sagt, okay, ich hätte aber ganz gern noch ein bisschen mehr Schild, dann könntet ihr auch hier dieses Schild reinnehmen. Da habt ihr 13.800 Schildkapazität. Verzichtet dann aber auf die Immunität gegen Schock. Da habt ihr allerdings noch den Vorteil, dass wenn euer Schild mal bricht, dann habt ihr 5 Sekunden lang Immunität gegen jeglichen erlittenen Schaden. Und auch das kann wirklich eine richtig gute Sache sein. Von daher wäre auch dieses Schild eine Überlegung wert. In meinem Fall habe ich mich jetzt aber hier für dieses mit 100% Resistenz entschieden. Und ich werde ganz kurz mal erst hier unten auf das Artefakt eingehen. Und wir haben hier ein Artefakt drin, was dafür sorgt, dass wir gar keine Lebenspunkte haben. Bis auf einen Lebenspunkt. Und deswegen stört es uns auch nicht. Im Skilltree habt ihr das jetzt gesehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Lebenspunkte opfern müssen. Das stört uns gar nicht weiter, weil wir ja sowieso nur einen Lebenspunkt haben. Und weniger wie eins geht nicht, denn dann würdet ihr eben niedergeschossen sein. Also das heißt, eine weitere Reduktion eurer Lebenspunkte ist nicht möglich. Aber ihr steigert nochmal euer Schild enorm und zwar um 100%. Dann ist die Ladegeschwindigkeit gesteigert und die Ladeverzögerung, die ist reduziert. Also auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Und wir haben hier nochmal einen Bonus auf Kryo drauf. Und zwar wir haben hier einen Schadensbonus von 73% drauf. Und das passt wunderbar zu dem, was ich gesagt habe. Wenn ich eine andere Waffe hätte, hier oben der Laser mit Frost, dann würde das meinen Schaden eben steigern. Aber es steigert eben auch den Schaden meiner Liuda. Und zwar habe ich hier eine Liuda, die auf Frost ausgelegt ist. Und deswegen ist es wirklich richtig gut, drauf zu achten, dass ihr hier ein Artefakt drin habt, was eben nochmal vielleicht, wenn ihr es bekommt, euren Schaden pushen kann. Also auf die Synergien solltet ihr unbedingt achten. Genau das gleiche habe ich gemacht hier bei meiner Hexgranate. Das ist auch eine Frost-Hexgranate. Er profitiert dann eben auch nochmal von der Schadenssteigerung. Und bei der Klassen-Mod gibt es eine weitere Sache, die wirklich richtig gut ist. Und zwar zum einen habe ich hier natürlich schon mal einen gesteigerten Granatenschaden, wenn ich dann mal eine Granate werfe. Und ich habe einen gesteigerten Shotgun-Schaden, was auch gut ist. Oben die weiteren Passivasteigerungen habt ihr ja gesehen. An der einen oder anderen Stelle bringt mir das wirklich sehr viel mit diesem Mod. Aber in dem Fall ist es so, dass jegliche Heilung, die eingeht, umgewandelt wird in Schildkapazität. Das heißt also, wenn ihr einen Build spielt, wo ihr euch zum Beispiel heilt oder ihr habt ein Teammate dabei, der Teammitglieder heilen kann oder passiv heilt oder was auch immer. Jegliche eingehende Heilung wird mit diesem Klassen-Mod eben in Schild umgewandelt. Und das ist eine wirklich richtig gute Sache, denn wir wollen ja gar keine Lebenspunkte haben. Deswegen haben wir sie ja auch reduziert. Aber wir wollen sehr wohl eben Schildkapazität haben. Deswegen achtet auf solche Sachen. Ist wirklich eine richtig, richtig gute Sache. Zum einen habt ihr jetzt erfahren, was müsst ihr tun, wenn ihr Bosse farmt. Nehmt den gleichen Hersteller und zwar überall hier in jedem Slot von eurer Waffe mit, damit ihr mit der Liuda möglichst lange schießen könnt. Ihr habt erfahren, was macht es für einen Sinn, hier die Waffen vielleicht auf Frost zu haben, die Granate auf Frost zu haben. Und hier vielleicht nochmal eine andere Waffe auf Frost zu haben. Ihr könnt hier nochmal einen Schadensbonus rausholen. Und ihr habt erfahren, was haben wir hier für eine Klassen-Mod und was bringt mir das, wenn ich hier eben eine Klassen-Mod habe, die mir eben den Schild regeneriert und nicht mein Leben. Besonders, wie gesagt, mit diesem Bild eine ganz hervorragende Sache. Und jetzt würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow von euch freuen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir rein in die Kommentare und schaut auch mal bei mir auf Twitch vorbei im Stream. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns demnächst wieder hier in Borderlands 3. Euer Latan.